Was geht? Mein Name ist UdoGamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu meinem 1600 Abonnenten Spezial. Ich hätte es niemals möglich gehalten, dass sowas möglich ist. Vielen herzlichen Dank, das Video soll auch jetzt nicht so lange sein. Ob ich jetzt 1600 Abonnenten habe oder 1590, das interessiert mich in diesem Endeffekt nicht, da das ja eigentlich nur eine Zahl ist. Eine Zahl, eigentlich sollte man die Abonnenten vergessen, sondern sollte eigentlich auf, nein, ich würde es anders beschreiben. Abonnenten ist immer eine Zahl, eine Zahl. Guck mal, ich habe 1600 Abonnenten, ne, da gibt es immer so Leute, die dann sich mit Brüsten, ey, Dicke, ich habe 1600 Abonnenten, das ist immer so spät. Aber so einer bin ich ja nicht. Mich interessiert es ja nicht, um Abonnenten zu kriegen oder sowas. Gut, das ist YouTube, das entsteht automatisch. Aber mir geht es um euch, um die Zuschauer, ne. Ich will euch einfach was beibringen, ein bisschen labern, ein bisschen euch vielleicht Informationen geben. Über das Leben, wie das so abläuft. Das Leben ist nämlich nicht so, wie viele YouTuber das so, äh, in ihren Videos da bringen. Oder versteht, was ich meine. Das Leben ist anders und ich will euch versuchen, das Leben so realistisch hier wiederzubringen, wie es geht, ne. Ich mache auch mal hier ein paar Themen-Commentaries, sag euch mal, wie mein Leben wirklich funktioniert. Sozusagen Real-Life-Stories, aber nicht diese Real-Life-Stories, die es natürlich auf YouTube gibt, äh, die total übertrieben sind. Also ich denke mir wirklich, ey, was läuft denn da ab? Wer hat denn diese Stories erfunden? Also, irgendwann mal werdet ihr noch von einem Alien, äh, entführt, alter. Und die Leute glauben das, also, bitte, also, würde ich mich schon wirklich bei manchen YouTubern, äh, fragen, ey, Also, Real-Life-Stories sollt ihr, äh, wirklich mal überlegen, was ihr da, äh, macht. Das betrifft viele große YouTuber. Aber egal! Ey! Ich habe so coole Abonnenten. Ich finde das geil. Weil es gibt da so einen Spruch, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Wer qualitative, hochwertige Videos macht, und diese Videos abonniert, aber der hat doch auch qualitativ hochwertige Abonnenten. Oder sehe ich das falsch? Also, habe ich richtig geile Abonnenten. Vielen Dank für euer Abo. Ich bin nicht so ein YouTuber, wie es da draußen gibt, äh, mit irgendwelchen Special-Effekts oder irgendwelchen YouTube-Titel-Bildern. Bei mir seht ihr mich. Ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Kein Schneide-Programm. Gar nichts. Ja, ich bin einfach 100% bio, natürlich. Vielen Dank für euer Abo. Vielen herzlichen Dank. Das nächste Abo-Spezial wird es ab 2000 Abonnenten geben. Aber wann die erscheinen, Leute, habt uns erstens Spaß haben. Das ist so wichtig. Und, äh, ich werde auf jeden Fall noch vieles bringen auf meinem Kanal. Und, jo, haut rein und bis dann. Und ciao. Yes. Yes.